Und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal. Ja, vor Weihnachten war die Zeit für kleines Indie-Rosti-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Jobel 2. Wer schon mal auf meinem Kanal war, der weiß, dass das Spiel vor langer, 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 langer Zeit schon mal gespielt habe. Aber jetzt ist ein neues Update rausgekommen. Ein neues Update rausgekommen, ja. Ja, das Spiel wurde gefixt und ein paar Neuerungen anscheinend und auch ein neuer Spiegeltitel, aber es ist und bleibt Jobel 2. Schöne Grüße an Jobel. Und ich bin mal gespannt, was sich alles verändert hat. Play. Das Spiel ist ja ziemlich abgefahren. Lasst euch überraschen. Wer es noch nicht gesehen hätte. Ansonsten. Oh, genau. Ich muss mich mal erinnern, was war hier? Was konnte man machen? Ich glaube, das war nicht so gut. Unexpected Era. Rebooting. Ich weiß. Irgendwas war. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern. Nach links. Nach links. Jobel. Jetzt kommt das hier. Wir gehen weiter gerade aus. Jetzt kommt das hier. Jetzt kommt ein... Ja. Jetzt kommt dieser ominöse Code. Kann ich mich noch an den Code erinnern? Ich hoffe, es ist noch der alte Code. Yes! Safe. Wir haben es gesaved. Jetzt können wir gerade aus oder links? Wir gehen links. What? Das war damals schon nicht gut. What? Das Spiel ist ziemlich abgefallen. So weit bin ich damals nicht gekommen. Was ist das Spiel abgedreht? Das Spiel ist und bleibt abgedreht. Aber ich... Ich liebe es. What? Zzzz. What? Murderer. Psychopath. Madness. What? Ich liebe es. I love it. Es ist abgedreht. Das ist so abgedreht. Das ist so abgedreht. Das ist so abgedreht. das Spiel hat sich beendet was moment ich starte es nochmal so geht es nicht so geht es nicht ich habe das Spiel jetzt nochmal gestartet wo ist es jetzt wo ist das Spiel hallo Spiel booting es bootet immerhin etwas ne booting load ich lade nochmal load ich hoffe er kriegt es auf die Reihe load jetzt heißt jobel 2x funktioniert nicht mehr what Leute ich mach mal ganz kurz einen Break bin gleich wieder da bis gleich so Freude Nacht da bin ich wieder auf play drücken wir haben jetzt 20 Mal probiert mit load und es ist immer wieder 80 verabschiedet also heißt nochmal schnell durch ich möchte unbedingt wissen weil wir haben ja noch eine andere Möglichkeit weiter zu gehen wo rein wer geht jetzt mal geradeaus da war nämlich nur noch diese Kiste ist hier da war ein Code was 20 Mal probiert mit Ich kann ja also nur rechts gehen und was passiert, wenn ich jetzt links laufe? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Da kommt man hier hin. Rein. Und geradeaus kommt diese komische Kiste. 20.000 Minus. 20 Millionen. Hier kann ich sonst nichts tun. Kann ich drücken was ich will? Äh, 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 äh... What!? Back? Okay nochmal, ich möchte, ich möchte, das Ende? Ich muss erst warten, bis ich durchgelaufen bin, bevor ich hier was anders drücke. Durch, links, rechts, jump and run. Links darf ich also nicht. Ich möchte aber nochmal zum Ende kommen. Ich möchte das Ende nochmal sehen, ob man da vielleicht irgendwas, ob man da vielleicht irgendwas anders machen kann. Oh nein, ich möchte sie ruhig. Hier lang ist es. Es geht ja relativ schnell. Wieso sieht diese Kiste anders aus? Ja. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie mag ich es. Ich weiß nicht. Oh. Ich bin am... Genau deshalb habe ich gemeint, es geht mit Sicherheit noch weiter. Yes. Yes. Nein. Oh. Ich habe doch gewusst, es muss weiter gehen. Shit. Mist. Ich habe gewusst, es geht weiter. Tür auf. Rein. Links. Hier rechts. Oh. Warte mal läuft. Warte mal. Warte mal. Hä? Ich muss also, wenn ich dann runter springe, gleich wieder lenken, nach links. Weil da sind diese Spieße, wo einen aufspießen. Das ist richtig. Das ist nicht gut. Es hat sich also gelohnt, das Spiel nochmal zu laden, und nochmal zu laden, und nochmal zu laden. nur jetzt kein fehler machen über ihn drüber springen ich lasse mich jetzt einfach fallen da hüpft er einfach von rechts einer runter oder was das haben wir schon mal überlebt wo kommen wir hin wo kommen wir hin wo geht es weiter ich save mal obwohl die ladefunktion ja nicht geht wir können jetzt links rechts oder links oder rechts links oder rechts da mehr nicht rechts sind gehen wir links wir haben einen schlüssel was ist denn das messerschere was i feel it's breaking anklicken kann ich nichts was da steht weiß ich nicht blut wir gehen zurück noch morgen bin ich schiessen was ist das 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 ist das Spiel. Oh, los. What? Was, du? Bis am Anfang? What? Nein, nicht schon wieder. Jetzt hat sich das Spiel schon wieder verabschiedet. Das gibt's ja nicht. Moment. Kurzer Break, dann geht's weiter, oder? Ich möchte auf Programm schließen drücken. Kurzer Break, dann geht's weiter. Bis gleich. Ja, Freunde, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Nachdem ich mir jetzt so oft abgestört habe und ich so oft gestartet habe, würde ich sagen, das langt jetzt mal mit Jobel 2. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ein ziemlich abgedrehtes Spiel. Vielleicht tut der Entwickler hier Grüße an Jobel. Ja, nochmal ein paar Updates rausbringen, nochmal ein bisschen fixen, hier das ein oder andere verbessern, damit es nicht immer wieder abstürzt und so. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Nun denn, das war Jobel 2. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten wollt, auf meinem rostigen Kanal. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für's Zusehen. Hoppt euch lieb, genießt das Leben. Enjoy the life, verhaut euch nicht. Seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Ich sage, tschöpia, Euer Rusty Man. Thank you und goodbye. Das war Jobel 2. Dankeschön. Hoppt euch lieb. Ihr seid die Besten. Thank you. Ciao.